So Leute, in diesem Sinne ein herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV zu meinem kleinen Videomarathon. Meine Fresse, ich weiß gar nicht das wifelte Video das ist, das ich diese Woche schon aufnehme. Nun seid ihr hier genau richtig, aber denn es geht hier heute um das Vorberichtsvideo Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern. Leute, ich bin etwas erkältet, ich habe es im Hals, mein Gott. Deshalb verzeiht mir, wenn ich mich hier öfters mal räuspern muss, wird nicht alles da funktionieren. Die ganz schlimmen Aussätze werde ich natürlich rausschneiden. Und ja Leute, so viel dazu. Jetzt ganz kurz zur Partie gegen Karlsruhe noch. Unsere Rodenteufel haben gegen Karlsruhe 2 zu 0 gewonnen. Ob das jetzt verdient war oder nicht, ist mir jetzt im Endeffekt egal. Die Leistung war bescheiden. Das Ergebnis war umso geiler. Derbysieg für den 1. FC Kaiserslautern. 26 Punkte Platz 7. Das ist richtig, richtig stark. Und so kann der FCK natürlich mit breiter Brust nach Düsseldorf fahren. Ich habe die Statistik in der 2. Liga für das Spiel in Düsseldorf natürlich rausgesucht. Der FCK hat in der 2. Liga insgesamt zwölf Mal gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Logischerweise sechs Mal zu Hause und sechs Mal auswärts. Ja, die berühmte Statistik und sie sieht nicht gut aus in Düsseldorf. Der FCK hat dort wie gesagt sechs Mal gespielt. Drei Unschieden und drei Niederlagen. Noch nie konnte der FCK also in Düsseldorf gewinnen. Und ich bin absolut überzeugt, dass das ein ultra schweres Spiel wird. Und wenn der FCK so aufdrückt wie gegen Karlsruhe, sind wir ehrlich, dann wird das eine Niederlage geben. Aber ich bin irgendwie auch optimistisch, dass der FCK so mindestens einen Punkt aus Düsseldorf mitnimmt. Und zwar aus dem einfachen Grund. Der FCK, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, rollt die Statistik gerade von hinten auf. Und das allererste Mal, dass der FCK in der zweiten Liga gegen Düsseldorf gespielt hat, in Düsseldorf wohlgemerkt, da gab es ein 0 zu 0. Das war 2010. Und da der FCK gerade die Statistik von hinten aufrollt, ziehe Karlsruhe oder Bielefeld oder wie ist es das Sandhausen, Heidenheim und so weiter und so fort, bin ich guter Dinge, dass der FCK das auch gegen Düsseldorf hinkriegen könnte, sollte, dass er da so mindestens einen Punkt mitnehmen. Aktuell laufen übrigens auch die Mittwochsspiele. Spiel von Kreuter Fürth führt aktuell gegen HSV. Nürnberg führt gegen Rostock und Heidenheim. Ja, führt gegen Sandhausen. Ich würde es fast sagen, leider. Jo, jetzt ziehen sie halt wieder davon. Natürlich, ich weiß, nach oben will keiner schauen, bla bla bla, weiß ich. Außerdem, es war halt nur ein Punkt auf Platz drei. Jetzt sind es halt wieder vier, ne? Dafür führt Heidenheim gegen Sandhausen. Sandhausen ist ja dann mehr ein Konkurrent für uns. Aktuell Platz 17, 16 Punkte. Kann man jetzt sehen, wie man will. Was die Ergebnisse heute für unten angeht, ist eigentlich okay. Na gut, ich meine, Fürth und Nürnberg führen halt eben. Fürth hat jetzt übrigens mittlerweile, wenn die gegen Hamburg gewinnen sollten, 19 Punkte. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Wenn ihr hier das Video so sehen bekommt. Aber, wow. Die haben sich ganz schön nach unten raus geschafft, wenn es denn dabei bleibt. Naja, so. Ich nehme das Video heute schon auf. Heute ist Mittwoch und morgen wird das Video dann veröffentlicht. Es ist halt ein bisschen blöd, weil meine Videos haben gar keine Zeit, sich sehr entfalten. Bielefeld, das Video nach dem Spiel, lief richtig gut an. Dann kam schon das Neue. Vorberichtsvideo gegen Karlsruhe. Zeitlich kann ich alles sein wirklich. Jetzt ist das Video gegen, ja, nach dem Spiel gegen Karlsruhe gerade im Munde. Und, aber hat auch keine Zeit mehr, sich groß zu entfalten. Denn morgen Mittag spätestens werde ich dieses Video hier auch veröffentlicht. Vorberichtsvideo gegen Düsseldorf. Natürlich wichtig. Jo, ist halt so. Also, das ist echt sehr, sehr stramm die letzten Tage. Ich bin ziemlich down. Ein Video nach dem anderen. Dann noch arbeiten. Dann noch erkältet dieser Husten und das Ganze. Das nervt mich ohne Ende. Ja, so ist es halt. Mir macht es aber auch Spaß. Und es ist ja nur noch jetzt Düsseldorf und dann Nacht Düsseldorf. Und dann ist auch für mich Winterpause. Naja, fast. Es gibt wahrscheinlich, doch, habe ich auf jeden Fall vor, ähm, noch ein Video zur WM, was ich denn davon so halte. Ich denke, wie gesagt, der FCK kann in Düsseldorf durchaus was holen. Wir müssen natürlich eine deutlich bessere Leistung an den Tag legen wie gegen Karlsruhe. In Düsseldorf wird solche Einladungen nicht so einfach vergeben wie Karlsruhe. Das ist ganz, 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 ganz klar. Und ich habe keine Lust, dass der FCK sich mit einer, keine Ahnung, 3-0 Auswärtsniederlage oder so, die Winterpause verabschiedet. Habe ich echt keine Lust drauf. Lieber dann 0-0 und das Ganze mit 27 Punkten beenden. Das wäre richtig gut. Könnte ich mit leben. Und, äh, ja. Natürlich ist auch ganz klar, dass die Mannschaft halt ziemlich hinüber ist. Die sind halt sehr, sehr, ja, angeschlagen und geschwächt jetzt. Ich meine, das ist ein so strammes Programm. Ich habe mich da schon ohne Ende drüber aufgeregt über dieses. Wie kann man sowas ansetzen? Samstag, Bielefeld, Dienstag, Karlsruhe und Freitag schon wieder ein Spiel, Alter. Das ist, das ist, also sowas Abartiges. Da kann ich mich ohne Ende drüber aufregen. Auf der Seite ist natürlich klar, geil für uns Fans. Freitag schon wieder ein FCK-Spiel. Flutlicht, wieder mal ein Flutlichtspiel. Das dritte Flutlichtspiel in Folge. Aber für die Spieler ist es halt wirklich mega brutal. Und Freitagsabend nach Düsseldorf zu reisen, das ist auch nicht so toll für die FCK-Fans. Wenn dann müssen sich wieder, ja, unzählige Leute Urlaub nehmen oder keine Ahnung. Aber es ist halt jetzt. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich, ja, habe die Hoffnung, dass der FCK, wie gesagt, die Statistik von hinten aufrollt und da auf jeden Fall zumindest mal einen Punkt mitnimmt. Und dann, dass wir die Hinrunde in der Ferne nicht mit einer Niederlage beenden, habe ich sehr große Hoffnung. Denn bis jetzt ist der FCK das einzige Team, das im Profifußball der Fremde noch nicht verloren hat. Und das ist schon verdammt gut. Wir haben nur zwei Niederlagen kassiert in der Hinrunde. Besser wie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn nicht so viele Unentschieden da zwischen gewesen wären. Ach, guck mal, lass mal das Thema lieber. Meine Fresse, wo könnte der FCK stehen? Aber man sollte mit dem Erreichten durchaus zufrieden sein als Aufsteiger. Das ist schon, das ist schon gut. Mein Tipp 0-0 oder 1-1. Ich weiß es nicht. Ich hoffe wirklich, mittlerweile auf den Unentschieden. Meine Befürchtung war ja eine Niederlage oder ist immer noch. Aber mein Wunsch ist zumindest ein Punkt. Gegen Karlsruhe ging mein Wunsch ebenfalls ja in Erfüllung. Da gewann der FCK. Da hatte ich mit einem Unentschieden gerechnet. Aber der FCK rollte die Statistik von hinten auf. Und ich hoffe, das machen sie jetzt wieder. Vielleicht gibt es hier auch die Ultrasensation. Und ein Sieg in Düsseldorf wäre eine Ultrasensation für mich. Und ich fahre mir drei Punkte nach Hause. Also dann sind wir mal richtig im Geschäft. Aber naja, wir werden sehen. So Leute, meine Stimme verabschiedet sich gerade komplett. Ich bin ja nur noch mich am Reuspern. Ich wünsche euch was. Ich wünsche dem FCK drei Punkte gegen Düsseldorf. Das ist ganz klar. Vielen Dank für all eure Unterstützung für die ganzen Abonnenten. Immer wieder schön von euch zu hören in den Kommentaren. Und ja, supportet Red WTV weiter. Empfiehlt mich weiter. Verbreitet Red WTV bei euren FCK-Freunden. Ganz wichtig, damit natürlich ein weiterer FCK-Kanal auf YouTube aufsteigen kann. Das geht eben halt nun gemeinsam. Ich mache die Videos. Ihr bewertet sie, liked sie, abonniert und so weiter und so fort. Ja, jeder hat da seinen Job. Und ja, mir macht sehr viel Spaß. Nach wie vor bin ich da Feuer und Flamme und bereue es nicht, diesen YouTube-Kanal gegründet zu haben. Bin ich richtig geil. Läuft besser, wie ich gedacht habe. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es so gut läuft. Und in diesem Sinne, Leute, ein herzliches Dankeschön. Bleibt alle gesund. Wir hören uns dann, wenn es meinen Gesundheitszustand zulässt, wo ich aktuell noch so leicht Zweifel habe. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Am Freitagabend dann natürlich werde ich das Video dann direkt aufnehmen und nach dem Spiel und euch so schnell wie möglich präsentieren. Ob es schon am Freitagabend kommt, weiß ich nicht. Wenn, dann wird es spätabends, natürlich wie immer. Aber das alles werden wir sehen. Und jo, Leute, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschau.